ex animo ist eine licht und sound installation bei der mithilfe von projection mapping atmosphärischer musik und einer erzählerstimme eine geschichte erzählt werden soll bei der der raum selber zum leben erwacht stattfinden soll das ganze im pathos theater für den neuen raum sollte eine veranstaltung erstellt werden bei der diese in den mittelpunkt gerückt wird kurz zu uns wir sind ein vierköpfiges team aus zwei master und zwei bachelor studierenden an der hochschule augsburg und hier eine kostprobe